Was ist fortgeschrittener Magenkrebs? Fortgeschrittener Magenkrebs ist ein Krebs, der sich allmählich über die Wände des Magens hinaus ausbreitet. Zu sagen, dass ein Krebs fortgeschritten ist, ist klinisch bedeutungslos, weil er nicht sehr beschreibend ist, ein Arzt wird Informationen über das Stadium des Krebses geben, um genau anzugeben, wie weit er sich ausgebreitet hat. Magenkrebserkrankungen werden häufig in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, da die Patienten minimale oder vage Symptome erfahren, wenn der Tumor im Magen isoliert wird. Infolgedessen sind sie schwieriger zu behandeln, da die Krebszellen bereits außer Kontrolle geraten. Zweigängige Staging-Systeme können den Zustand eines Krebses genauer beschreiben. Man bewertet Krebserkrankungen von 0 bis 5 auf der Grundlage ihres Standorts und ihres Ausbreitungsgrades. Höhere Grade weisen darauf hin, dass sich der Krebs über das Primärorgan hinaus in benachbarte Lymphknoten und Organe bewegt hat und als fortgeschrittene Krebserkrankung angesehen werden kann. Wenn sich ein Magenkrebs im Stadium 3 oder 4 befindet, wird er von einem Arzt als fortgeschrittener Magenkrebs bezeichnet. Stadium 5 Krebserkrankungen haben sich in abgelegenen Bereichen des Körpers ausgebreitet und sind am weitesten fortgeschritten. Das TN im Staging-System weist einen Wert auf der Grundlage der Eigenschaften des Tumors, der Lymphknotenbeteiligung und der Metastasen zu. Je höher die Werte für jeden Buchstaben, desto fortgeschrittener ist der Krebs. So etwas wie ein T4N2-Dem0 wäre zum Beispiel ein fortgeschrittener Krebs, da der Tumor in nahegelegene Strukturen wie die Lunge eindringt und zu regionalen Lymphknoten metastasiert, obwohl es keine Fernmetastasen wie bei Krebs im Endstadium gibt. Patienten mit fortgeschrittenem Magenkrebs können unter Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Gewichtsverlust, Müdigkeit und Erbrechen leiden. In früheren Stadien sind die Symptome oft vage, und der Patient sucht möglicherweise keine ärztliche Behandlung, oder ein Arzt könnte die Anzeichen von Magenkrebs übersehen und andere Diagnosen verfolgen, bevor festgestellt wird, dass der Patient einen Tumor hat. Die Diagnose erfordert in der Regel eine medizinische Bildgebung, Blutuntersuchungen und ein ausführliches Patienteninterview, um weitere Informationen zu den Symptomen zu erhalten. Behandlungen für fortgeschrittenen Magenkrebs können Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung umfassen. Patienten, die an Magenkrebs operiert werden müssen, können aufgrund von Veränderungen der Magenform und Größe mit einigen Änderungen ihres Lebensstils rechnen. Sie müssen möglicherweise das Essverhalten ändern und benötigen möglicherweise eine Nahrungsergänzung, um ihren Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden. Bei einem fortgeschrittenen Magenkrebs im Endstadium kann der Arzt eine Palliativbehandlung empfehlen, um das Wachstum des Krebses zu verlangsamen und Schmerzen zu lindern, ohne das Ziel, den Krebs zu heilen.